So, und ab dafür. Guck mal, da haben wir direkt wieder so ein Riesenteil. Würde ich glatt sagen, das schnappen wir uns als erstes. Dann haben wir nämlich hier erstmal Ruhe. Weil ich jetzt am überlegen bin, ob ich mir direkt den Heli schnappe. Der wird selber nicht lange leben, aber... Nicht sehr lange, sag ich ja. Weil die ganzen Abwehrgeräte natürlich da sind. Aber ich hab immerhin schon mal ein bisschen Schaden gemacht. Sodass ich sag, vielleicht... Oh ja, ja. Ich hab sogar sehr viel Schaden gemacht. Das ging sogar noch sehr viel schneller, als ich dachte. Das war dann gar nicht mal so kacke. Oh, oh. Oh, viele Helis! Wo, wo, wo? Wo ist er denn? Hat doch grad irgendein Heli auf mich geballert. Du, ich hab keinen Stress. Ich hab alle Zeit der Welt. Okay. Das ist halt doch wieder auch ein recht großes Gebiet. Das durchaus etwas Ärger macht. Und das sind ja erstmal die Gebiete. Ich bin ja erstmal gespannt, wie das danach abgehen wird, ey. Regenschirm für die ganzen Trümmerteile? Ja, warum nicht? Ich sag, das scheiß... Die scheiß Trümmerteile fallen nicht ins zusammen, ey. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Genug mit den Helis. Ich schnapp mir die nur, damit die direkt rausfliegen und abstürzen. Nein! Ach so, jetzt kommen solche auch noch. Wie weit muss ich... Oh, guck mal. Habe ich jetzt was erreicht, wo sie mich nicht erwischen können? Könnte ich zumindest die Türe vielleicht noch erledigen. Treff ich das? Ich muss noch mal ein bisschen runter. Na, jetzt kommt schon. Okay, bin weg. Aber es ist, glaube ich, schon echt gut was kaputt gegangen, oder? Guck mal, sieht gar nicht so schlecht aus. So, der wäre down. Zählen die Türme als... Ne, die zählen nicht mehr als down. Okay, da brauchen wir wohl auch ein bisschen mehr. Kann ich nicht einfach hier eine Granate dranwerfen? Wie es den Turm halt einfach gar nicht interessiert, okay. Nee, ich bin hier leider noch nicht ganz so bereit, wie ich das gerne hätte. Na, pass auf, das haben wir gleich. Wie reden die denn mit mir? Pass auf, ich mach das mal kurz, dann haben wir wenigstens Unterstützung hier. Und die konzentrieren sich nicht nur auf mich. Hat der gerade für mich das Tor geöffnet? WTF? Warum tut der sowas? Der hat gerade für mich das Tor geöffnet. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Okay, crazy. Okay. So, wenn wir schon mal hier sind, dann hackt man das Zeug. Sowas fehlt jetzt noch. Die Türme, ne? Keine Ahnung, was es braucht, wenn wir da tatsächlich mit normalen Waffen draufschießen. Das braucht wohl etwas mehr. Das Schlimmste ist, dass danach trotzdem noch nicht Feierabend ist. Jetzt komm schon. Der Turm geht einfach nicht, ich will einfach nicht in Sieg zusammenfallen. Ja, ja, komm, jetzt fall doch endlich um, du bist still. Okay, really? Ja. Finally. Finally. Das hat jetzt aber auch gedauert, ey. Komm, das Teil müsste doch jetzt auch langsam. Ja, also. So, das ist dann der letzte. Dann da oben noch die Tanks. Okay, ich sehe schon, wir haben keine Munition mehr. Das ist nicht so gut. Wir sollten dann dringend gleich Unterstützung fordern. Das ist ein Tormechanismus verschossen. Das soll tatsächlich gehen. Okay, ich treffe das Zeug von hier aus nicht. Ich muss näher ran. Ich muss ja sowieso hier hin, gefühlt. Also ist auch schon wurscht. Die ein oder andere Granate haben wir doch noch über. Da habe ich gerade eine Idee. Nein! Nein! Nein, jetzt ist er tot. Es sollte doch tatsächlich... ... 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 ich da eine Idee hatte. Haben wir okay. Dann halt nicht. So, jetzt hört mal auf, mich hier die ganze Zeit zu beschießen. Was fehlt denn jetzt? Jetzt fehlt doch nicht mehr viel. Ah, du fehlst noch. Haben wir hier einen Gegner zufällig? Natürlich nicht. Schade, sonst hätte ich nämlich ganz gerne was probiert. Never mind, machen wir dann mal anders. Also, hier unten noch und scheinbar noch einen Turm, oder? Hat der hier? Ne, warte, das machen wir lieber so. Nein, soll ich euch was sagen? Scheiß drauf. So. Reicht dann auch damit. Die zwei Tanks noch. Auch die werde ich von hier aus einfach zerschießen. Wenn sie denn kaputt gehen, WTF? Aha. Das sieht doch schon besser aus. So. Sehr schön. Wir werden sehr viel freispielen an Missionen und Aufgaben, aber erstmal werde ich jetzt die ganzen Siedlungen befreien. Es muss ein bisschen schneller, es muss ein bisschen vorwärts gehen. Ich kann mich jetzt nicht die ganze Zeit mit den Herausforderungen rumschlagen. Wir müssen jetzt die ganze Insel befreien und zwar bam, 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 bam. Sehr, 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 sehr schnell. So, und nächstes wieder so einen großen. Alles klar. Ach, das ist so ein... Ach, du Scheiße, ist die so groß? Oh je, Mini. Ups. Ach, du liebe Zeit. Ja, das kann ja ein Spaß werden. Kann ich da nicht einfach so eine schöne Granate reinlegen? Au. Was sollte das denn? Ihr könnt euch hier nicht so eskalieren. So, ihr denkt, ihr könnt hier auch alles. Oh Gott. Oh Gott. Hier ist richtig, richtig, richtig scheißamt. Ach, du Schande. Die haben ja sogar Boote hier. Immerhin brennt der halbe Ding da hinten schon. Ganz ehrlich, jetzt werden hier ganz andere Geschützer aufgefahren. Jetzt steige ich nämlich einfach mal in so einen Panzer. Habt ihr damit nämlich mal gerechnet? Soll ich den Scheiß einfach mit meinen... mit euren eigenen Panzern zerstöre? Was sagt ihr dazu, hä? Können die ganze Boote in die Luft jagen, hoffentlich. Schießt aber irgendwie ins Wasser, hab ich das Gefühl. Ne, geht schon. Ist hier alles schon kaputt? Trotzdem mit hochfahren. Verreckt. Na, so haben wir das nämlich auch noch nicht erledigt. Na, einfach mal das Ganze aus dem Panzer rausmachen. Auch mal eine gute Idee. Und ab dafür. Na, hier ist doch garantiert auch was. Da werde ich doch mich gleich mal zu euch gesellen. So, da hat er auch so ein Kampfanzug hier. Wie bei Fallout. Das geht hier so nicht. Mit dem Panzer macht das ja hier nicht Spaß, Leute. Ja, schaut euch mal an, was hier abgeht. Also, kannst du mal aufhören, mich zu schieben? Uh, ist los mit dir. Okay, das war jetzt ziemlich sick. Das war ziemlich sick. Das ist pures Chaos, was wir hier machen. Hallo, Panzer. Ich habe gerade mich ein bisschen in den Panzer verliebt. Sehr geil, was hier abgeht. Ich würde den Panzer dafür aber gleich nicht mitnehmen, weil hier kann man nur im Kreis fahren, wa? Und da wir hier jetzt, glaube ich, alles ausgelöscht haben, werden wir das Gebiet hier wohl verlassen müssen. Das macht aber gar nichts. Getroffen und mit Zeit, dass du einfach stirbst. Schau mal, die haben wirklich so einen Kampfanzug und so einen Minigun. Ja, ich habe gar keine Chance gegen die. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Klar, das ist gar nicht so schlimm. Ihr wisst ja, sterben, Munition wiederkriegen, das ist alles eigentlich eine lässige Angelegenheit. Ich glaube ja, dass trotzdem schon echt einiges hier in den Arsch gegangen ist. Durch unsere kleine Eskalation. Und die Leute wundern sich, warum ich das Teil so ungern hecke. Statt, dass ich es einfach in die Luft jage. Nein. Okay, es ist noch kaputt gegangen. Aber ich glaube, wir müssen ganz woanders hin. Zählt das immer noch? Ach, du Schande, ja. Das zählt immer noch. Oh nein. Oh nein. Hab schon gesehen, da unten. Das habe ich jetzt erstmal einfach anders verhindert. Ach, nö. Mann, das ist ja immer dasselbe hier. Was wollte ich denn jetzt gerade eigentlich... Irgendwas sollte ich gerade zerschießen. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Boden, Team. War das hier oben? Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Ja, okay. Okay. Okay, da unten ist wohl... Der ist unten. Alles klar. So, ich glaube, der Kommandeur ist tot. Nee, hat er wirklich nicht. Und das sehr angenehme... Es ist gar nicht mehr so viel, bis alles im Arsch ist. Ich werde eh gleich wieder zerschossen, aber ist egal. Oder vielleicht wäre ich so nicht. Einfach nur im Zickzack fliegen und ausweichen. Komm, lass uns wenigstens den einen oder anderen Turm noch zu stören. Nice. Oh, das ist ja sogar ganz gut, Mann. Kriegen wir den da hinten auch noch? Ruhigblut, mein... Mein junger Freund hier. Ich sehe schon, hier sind schon wieder nicht alle kaputt. Nur so halbert. Da müssen wir wohl langsam runter. Und machen wir den dann kaputt, verdammt! Diese Antennentürme sind teilweise... Anstrengung kaputt zu machen. Guck mal, einfach von unten drauf ballern. Das geht auch. Ich kann tatsächlich erstaunlich viel vom Heli-Aus jetzt machen. Das finde ich sogar ganz gut. Und... Sagte er und wurde... Brutals beschossen. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. So. Sehr schön. Radam-Turm auch tot. Da hinten habe ich noch was Großes gesehen. Ach du... Höh! Ob das so beabsichtigt war? Was sei mal dahingestellt? Alter, was ist denn jetzt los? Holy! Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin hier hinten. Ah, da ist bestimmt da unten auch wieder was. Oder? Hätte mich jetzt zumindest nicht gewundert, wenn... Hier ist nix! Das ist ein krasses Gebiet, das eigentlich hier ist. Wie komme ich denn jetzt? Alter! What the fuck? Wie viel unterirdisch haben die denn hier? Okay, Respekt. Ich glaube, ich verlasse dieses Gebiet hier raus wieder. Das ist heute ja nie was. Das ist ja mega groß. Das kann man ja nur unterschätzen. So, hier wäre jetzt irgendwie noch was. Ist das dann oben? Oh ja, da sehe ich es. Okay. Okay. Ich habe gar keine Zeit dafür, mal... Das zu machen, was ich gerne vor... Nee, ich schaffe das nicht. Ich wollte euch ja eigentlich mal kurz ein paar Specials zeigen, aber das funktioniert überhaupt nicht. Das funktioniert so gar nicht. Das ist einfach viel zu viel Chaos. Das muss ich in kleineren Gebieten machen. Ich meine, Gott sei Dank ist jetzt gleich alles im Arsch. Aber das, was ich jetzt vorhatte, muss ich definitiv in kleineren Gebieten machen. Das ist einfach viel zu heftig hier. Hauptsache, ich betrete das Gebiet und kriege erst so einen Sniper-Shot. Voll im Gesicht, Mann. Man kann hier auch einfach nur schnell abhauen. Das ist ja einfach nur ultra krank. Mal gucken, wie lange ich jetzt hier überlebe in dem Teil. Oh. Das war ein sehr kurzer Flug. Naja, was soll's. So, was wäre jetzt hier noch? Also noch einer. Ist unten noch was? Jetzt ist er down. Gut. Ja, alles auf der Geraden. Oh. Ja, das kannst du hier vergessen. Da muss ich erst mal... So, wann kriege ich eigentlich mal so eine gute Panzerung? So, hier kommt nämlich auch noch so ein riesen Tank raus. Nee, das ist kein Tank, das ist eine Schüssel, genau. Ein Transponder. So, der zählt jetzt aber als down. Das heißt, rüber zur Torsteuerung. Den muss ich nämlich auch mal ganz dringend öffnen. Oh, was ein Ninja. Habt ihr den Move gesehen von dem? Schon wieder? Was für Moves, Alter. So, Tor ist offen. Geht das nochmal kaputt? Heilige. Also, du kannst dich nicht beschweren. Du hast hier echt zu tun. Also, es ist schon ziemlich heftige, was hier... Oder sagen wir, es ist ein richtig harter Tobak. Boah, gehen wir die Snipertypen hier dezent auf den Sack. Vor allem aus den Fliegern raus. Was für Schweine. Kann ja ruhig verschwenderisch sein. Ich bin ja wahrscheinlich eh gleich wieder tot. Komm raus. Wie, das hat er überlebt. Hat er gar nicht. Oh Gott. So, präzise Arbeit haben wir auf jeden Fall mal verrichtet. So, jetzt hacken wir den Spaß noch. Transponder Nummer zwei. So. Das heißt allerdings auch, wir haben einen Transponder da drüben übersehen. What? Haben wir den da drüben gar nicht gehackt gehabt, oder was? Scheinbar nicht. Haben wir wohl ein Gebiet geskippt, könnte man so sagen. Das ist ja schon fast mehr Stress. Wie, habe ich keinen Schuss mehr? So, Transponder im Arsch. Damit fehlen noch da drüben zwei kleine Teile. Und dann haben wir es geschafft. Das Gebiet war jetzt heftig. Das war wohl mit einem der schwersten. Was auch recht verwinkelt ist und so. Okay, direkt hier. Ich weiß nicht, ob der oben war oder ob der unten ist. Ich hoffe, der ist oben. Ja, der ist oben. Ah, das ist den, wo ich gerade das Special machen wollte. Aber das kannst du vergessen. Du bist einfach nur aus so vielen Szenen heraus. Du bist einfach nur angegriffen. Oh, das ist das letzte, was fehlt. Komm schon. Oh. Harter Scheiß Tobak. Ohne, ohne Witz. Puh. So. Ansiedlung befreit. Provinz befreit. 2 von 7. There we go. Ohne Witz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020